Liebe Zuschauer, das ist der Trailer und das heißt, das ist Werbung für nächsten Samstag. Und zwar, was zeige ich? Ich habe mich gemeldet an einer olympischen Disziplin inline. Und zwar um diese Kegel herum mit einem Affentempo. Und falls ihr das sehen wollt, ich würde es logen, wenn ihr an diesem Samstag schickt. Ich schalte... Oh, bitte, ich bin eine Fiefe.